Ob ein fluffiges Omelette mit Gemüse und Käse oder ein einfaches, selbstgemachtes Rührei. Eier sind unbestritten die erste Wahl, wenn es um ein sättigendes und leckeres Frühstück geht. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Eier enthalten 6 Gramm sättigendes Eiweiß und das bedeutet, dass sie das Knurren des Magens bei all den morgendlichen Meetings, Kursen oder Besorgungen in Schach halten können. Die Frage ist, was passiert mit deinem Körper, wenn du jeden Tag Eier isst? Genau dieser Frage gehen wir im heutigen Video auf den Grund. Bevor es losgeht, würden wir uns noch über einen Daumen nach oben von dir freuen. Nummer 1. Du wirst dich energiegeladen fühlen Ein guter Grund Eier zum Frühstück zu essen ist, dass sie dir einen dringend benötigten Energieschub geben können, um die lange Schicht im Job oder das anstrengende Training am Morgen durchzustehen. Aufgrund ihrer Nährstoffzusammensetzung können Eier eine großartige Quelle für langsam freigesetzte Energie sein. Die Kombination aus Eiweiß und Fetten, die im Vergleich zu Kohlenhydraten relativ langsam verdaut werden und das in Eiern enthaltene B12 tragen dazu bei, dass die Energie über mehrere Stunden nach dem Verzehr konstant zur Verfügung steht. Nummer 2. Dein Immunsystem wird gestärkt. Experten zufolge können Eier eine Rolle bei der Unterstützung deines Immunsystems spielen. Eier können durchaus Teil einer ausgewogenen Ernährung sein, um unseren Körper mit der nötigen Nährstoffvielfalt zu versorgen. Damit hat unser Immunsystem die besten Chancen, verschiedenste Krankheiten abzuwehren. Eier enthalten eine beachtliche Konzentration der Vitamine A, D und E, die allesamt für eine gute Funktion des Immunsystems wichtig sind. Außerdem enthalten Eier auch viel Selen, ein starkes Antioxidant, das ebenfalls das Immunsystem stärkt. Da dein Immunsystem nur eine bestimmte Menge an Aufgaben bewältigen kann, hilft Selen es zu entlasten, damit es andere Bedrohungen bekämpfen kann. Nummer 3. Deine kognitive Gesundheit könnte sich verbessern. Einige der Nährstoffe, die in Eiern enthalten sind, spielen eine wichtige Rolle dabei, dein Gehirn in Topform zu halten. Eier sind reich an Cholin, einem Nährstoff, der für die Struktur und Funktion des Gehirns wichtig ist. Eier sind auch eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Je nach Marke enthalten sie zwischen 100 und 500 Milligramm pro Ei. Diese wichtigen Fette können die Gehirnfunktion verbessern. Übrigens, ein Ei enthält auch satte 46% des empfohlenen Tageswerts für Vitamin B12. Eine zu geringe B12-Zufuhr kann zu Gedächtnisschwächen, Manie, Demenz oder sogar Psychosen führen. Mit anderen Worten, der regelmäßige Verzehr von Eiern kann auch für deine geistige Gesundheit sehr förderlich sein. Welchen dieser gesundheitlichen Vorteile kanntest du bereits? Kennst du vielleicht noch weitere Vorteile des täglichen Verzehrs von Eiern? Verrate es uns gerne in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch liebend gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier auch gerne unseren Kanal, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Das war's auch schon für heute. Schau auch gerne auf unserem neuen Kanal MindRidge vorbei, wo wir jede Woche spannende Videos zu interessanten und aktuellen Themen hochladen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!